Zuerst sind sie in der Votivkirche gesessen, dann im Servitenkloster und seit heute sitzen sie auf der Anklagebank. Acht Flüchtlinge, die Teil der hungerstreikenden Protestbewegung waren. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft Mitglieder eines Schleppernetzwerks sein. Vorm ersten Prozestag in Wiener Neustadt berichtet Gernot Rohhofer. 76 Tage lang besetzen Flüchtlinge vor etwas mehr als einem Jahr die Votivkirche. Seit heute müssen sich einige von ihnen vor Gericht verantworten. Sie sollen in Wien und Niederösterreich mehr als 100 Migranten untergebracht oder deren Weiterfahrt nach Deutschland oder Italien organisiert haben. Pro Person sollen sie dafür 500 bis 600 Euro bekommen haben. Die Staatsanwaltschaft beruft sich auf ein umfangreiches Ermittlungsverfahren. Als Teil einer kriminellen Vereinigung soll jeder Beschuldigte genaue Aufgaben gehabt haben, so sagt es heute die Staatsanwältin. Hingegen vermuten die Verteidiger, dass der Prozess missbraucht werde, um Flüchtlinge zu kriminalisieren. Außerdem sprechen sie von einer lückenhaften Anklage und schlampigen oder bewusst falschen Methoden der Polizei. Der Prozess bleibt also umstritten. Bereits im Vorfeld haben Asylaktivisten von einem Justizskandal gesprochen. Und auch heute kommt es zu Protesten, während die Verteidiger auch schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit Geständnissen erheben, die zwei Beschuldigte in der Untersuchungshaft abgelegt haben. Ich meine, dass es nicht richtig ist, Geständnisse entweder durch diese unverhältnismäßig lange Untersuchungshaft die Leute unter Druck zu setzen, beziehungsweise als Vergünstigung die Entlassung anzubieten. Dennoch sieben der acht Angeklagten bekennen sich heute teilweise schuldig. Sie bestreiten aber, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sein. Sie hätten anderen Flüchtlingen lediglich einen Freundschaftsdienst erwiesen. Insgesamt 14 Verhandlungstage sind vorgesehen. Ein Urteil wird es voraussichtlich Anfang Mai geben. Von der einstigen Protestbewegung sind mittlerweile übrigens acht Menschen abgeschoben worden. Über 30 leben weiterhin in Privatquartieren. Wer sind die Menschen, die versuchen mit viel Geld... ... ...